Sie bringen es in Form. Kunststoffformgeberinnen. Kunststoffformgeber stellen Kunststofffertigmischungen aus chemischen Stoffen, Bindemitteln und Zusatzstoffen her. Zur Ausbildung gehören das Mischen und Aufbereiten von Rohmaterialien und Rohstoffen, sowie verschiedene Techniken der Werkstoffbearbeitung bis hin zur Anwendung von Kunststoffbearbeitungsmaschinen. Ausgebildet wird im ganzen Bereich Kunststoff, das geht eigentlich von Glasfaserverstärkten, Kohlefaserverstärkten, Kunststoffen, Spritzguss, Extrusion, Thermoformen. Und die Kunststoffformgeber müssen das können und unsere Lehrlinge haben die gute Möglichkeit, da bei uns im Haus, in der wir so eine tolle Ausstattung haben, in der wir diese Dinge alle trainieren können. Ich war in der Berufsmessung in Wölz und habe mich informiert und da haben wir nachher gedacht, ja das würde mir gefallen, das ist interessant. In der Lenzing AG entscheidet ein objektiver Aufnahmetest unter allen Bewerberinnen über die Aufnahme als Lehrling in die Lenzing AG.